hier seht ihr mein zimmer im tui blu saadige emmeberg schönes einzelzimmer mit sitzecke ein kleines geschenk haben wir auch schon bekommen ein bisschen naschereien weil das lang hier haben wir auch schon dass ich auch gleich mal einchecken kann hier unser bademantel badehandtuch hier ein großer kleiderschrank und hier zeige ich euch noch das bad und die begehbare dusche ich wünsche euch viel spaß mit meinen videos und ich hoffe es gefällt euch liebe grüße euer hubert ihr werdet jetzt die tage noch viel mehr sehen weil wir jeden tag hotels besichtigen und ich werde euch alles berichten bis dann bis zum nächsten Mal